Willkommen bei 3DQR Studio, unserer einzigartigen Self-Service-Plattform, die es ermöglicht, Augmented Reality-Szenen einfach und schnell zu erstellen. Wir führen Sie einmal durch den kompletten Workflow innerhalb unserer Software, sodass Sie im Anschluss in der Lage sein werden, problemlos Ihre eigenen AR-Szenen selbstständig zu erstellen. Zuallererst loggen Sie sich in 3DQR Studio ein oder erstellen sich einen Account. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, befinden Sie sich auf der Startseite des Studios. Hier haben Sie den Überblick über all Ihre bisher erstellten AR-Szenen. Sie können oben rechts auswählen, wie diese dargestellt werden sollen. Falls Sie noch keine AR-Szene erstellt haben, wird die Startseite leer sein, bis auf einige Funktionen. Wenn Sie über den Button oben rechts auf Ihrem Profil gehen, können Sie auf Ihre Kontoeinstellungen wie Passwort, Lizenzen oder Sprache zugreifen. Auf der linken Seite finden Sie weitere detaillierte Tutorials zu unserem Studio. Um eine eigene AR-Szene zu erstellen, klicken Sie auf den Button Neue AR-Szene, der sich über den Tutorials befindet. Nun müsste sich dieses Fenster öffnen. Wichtig ist, dass Sie die Szenen benennen und möglichst Ihre AR-Szenen unterschiedlich benennen, um einen guten Überblick zu behalten. Ohne einen Namen kann die Szene nicht abgespeichert werden. Wenn Sie unter dem Titel auf Erweiterte Optionen klicken, öffnen sich folgende Voreinstellungen zu der Szene. Für welche App die Szene erstellt werden soll, welche URL der Code haben soll, welche Größe und Ausrichtung der Code final haben soll und was als Vorschaubild zu sehen sein soll. Für das beste Tracking-Erlebnis empfehlen wir, Größe und Ausrichtung des Codes von der geplanten Stelle in der realen Welt mit anzugeben und 3DQR Plus als Anwendung auszuwählen. 3DQR Plus ist dabei unsere aktuelle App und bietet daher mehr neue Funktionen und Technologien als die ältere 3DQR App. Wenn Sie die Voreinstellungen vorgenommen haben, geht es nun darum, den Inhalt der Szene zu erstellen. Hierbei haben Sie die Auswahl zwischen Videos, Bildern, 3D-Modellen, Audios, Texten und Unity Asset Bundles. Wenn Sie speziellere Wünsche haben, können Sie unseren 3D Artist Service buchen, um eine individuelle AR-Szene für Sie erstellen zu lassen. Für Videos, Bilder, 3D-Modelle und Audiodateien gilt folgender Ablauf. Sie wählen das gewünschte Format aus und ziehen per Drag & Drop die gewünschte Datei in das Zielfeld. Bei 3D-Modellen muss zusätzlich die Ursprungssoftware des Modells angegeben werden. Bei Texten muss lediglich der Wunschtext in das dafür vorgesehene Feld eingetragen werden. Asset Bundles müssen ebenfalls hochgeladen und daraufhin im Reiter ausgewählt werden. Zu allen Dateiformaten haben Sie die Möglichkeit, diese innerhalb der AR-Szene zu bearbeiten. Dazu öffnen Sie die Erweiterten Optionen. Hier können Sie entlang von drei Achsen das Objekt bewegen und rotieren. Die Werte beziehen sich hierbei auf das metrische System. Und wenn das Objekt um 1 Meter bewegt werden soll, muss der Wert 1 betragen. Für 30 Zentimeter muss der Wert 0,3 betragen. Einige Objekte können auch als Click-Link verwendet werden. Dazu muss einfach das vorgesehene Häkchen gesetzt und die Ziel-URL eingetragen werden. Videos haben zusätzlich die Chroma-Key-Funktion. Wie genau das funktioniert, haben wir in einem anderen Video oben auf dem i erklärt. Bei Texten können Farbe und Hintergrund sowie Schriftgröße und Breite bearbeitet werden. Sie können jederzeit Ihre AR-Szene betrachten, um sie weiter zu bearbeiten. Hierzu speichern Sie einfach die Szene ab und laden sich die Testseite herunter. Dort können Sie mit der von Ihnen für die Szene ausgewählten App die Szene scannen und betrachten. Einstellungen, die Sie danach im Studio vornehmen, werden ganz einfach durch Abspeichern auf dem gelben Button AR-Szene aktualisieren auf der rechten Seite in der Cloud synchronisiert. Wenn Sie mit Ihrer Szene zufrieden sind, speichern Sie diese ab und laden Sie den QR-Code herunter. Dieser kann nun überall verwendet werden. Der QR-Code verändert sich nicht durch Ändern der Einstellungen, außer der URL. Sie können also jederzeit Ihre Szene aktualisieren, ohne den QR-Code zu wechseln. Nun sind Sie bereit, um in 3D-QR-Studio Ihre Welt innerhalb kürzester Zeit mit Augmented Reality-Inhalten zu erweitern. Nun sind Sie bereit, um in 3D-QR-Studio ihre Welt innerhalb kürzester Zeit mit Augmented Reality-Inhalten zu erweitern. Nun sind Sie bereit, um in 3D-QR-Studio ihre Welt innerhalb kürzester Zeit mit Augmented Reality-Inhalten zu erweitern. Nun sind Sie bereit, um in 3D-QR-Studio ihre Welt innerhalb kürzester Zeit mit Augmented Reality-Inhalten zu erweitern.